Das Netzwerk unserer Kunden umfasst in der Regel eine Unternehmenszentrale, Tochtergesellschaften oder Niederlassungen, eine Produktion, mobile Mitarbeiter und Externe. Auf der Basis bestehender IT-Ressourcen gilt es, wirtschaftliche Lösungen zu erarbeiten. Setzen Sie auf einen festen Partner, Skaltel. Wir betrachten von Anfang an Ihr gesamtes Netzwerk und bieten Ihnen intelligente IT-Lösungen mit marktführenden Technologien. Wir verstehen Ihr Netzwerk und Ihre Anforderungen seit mehr als 20 Jahren und wissen, worauf es ankommt. Wir erkennen und beseitigen Schwachstellen in Hardware, Design und Performance und stellen den optimalen Betrieb Ihrer lokalen IT-Infrastruktur sicher. Das gilt auch für Ihre Weitverkehrsinfrastruktur. Wir verbinden unterschiedlichste Medien, wie Telefone, mobile Endgeräte oder Konferenzsysteme, auf einer Ebene, damit Sie entscheidende Wettbewerbsvorteile nutzen und Ihre Mitarbeiter effektiver kommunizieren können. Mit Richtfunk übertragen wir Ihre Daten sicher, zuverlässig und mit hohem Datendurchsatz über Funk durch die Luft. Durch maßgeschneiderte Wireless LAN-Lösungen sorgen wir für drahtlose und flexible Übertragungswege für Daten, Sprache und Video in Ihrem Unternehmen. Wir integrieren Mobile-Computing-Lösungen für einen lückenlosen Waren- und Informationsfluss in Ihr Netzwerk. Durch unser Know-how im Bereich der Sicherung komplexer IT-Infrastrukturen schützen wir Ihr Unternehmensnetzwerk durchgehend. Diesen Schutz Ihrer Unternehmenswerte von innen und außen ergänzen wir durch unsere netzwerkbasierten Videolösungen. Mit einfach bedienbaren Videokonferenzsystemen ermöglichen wir Ihnen weltweit authentische Meetings, profitieren Sie von einer schnellen Entscheidungsfindung sowie umfassenden Kosten und Zeitvorteilen. Netzwerke wachsen zusammen und die Datenmengen steigen rasant. Mit einer ganzheitlichen Data-Center-Lösung aus einer Hand über Server, Virtualisierung und Storage sorgen wir für Sicherheit, Flexibilität und Verfügbarkeit Ihrer Dienste. Von der Planung und Projektierung über Installation und Inbetriebnahme bis hin zu umfangreichen Schulungsprogrammen ist Skaltel Ihr professioneller Partner. Profitieren Sie von unserem Know-how und der langjährigen Projekterfahrung. Auf Ihren Wunsch hin übernehmen wir die langfristige Betreuung Ihrer Systeme durch unsere Serviceleitstelle. Bis zu 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Konzentrieren Sie sich wieder auf das Wesentliche. Wir behalten Ihr Netzwerk im Auge. Das sind Technologien, Dienstleistungen und Service gepaart mit Know-how, Begeisterung und Innovationskraft. Wir gestalten Ihre Zukunft. All das bietet Ihnen Skaltel und noch viel mehr. Skaltel – Technologie, die verbindet. Stattel – Technologie, die verbindet. Hier ist eine Momente, die verbindet.